Endlich wohlfühlen. Endlich Urlaub auf der Main-Schiff. Entdecken Sie die Wohlfühlrouten unserer Main-Schiff-Flotte. Mare Nostrum. Das Mittelmeer wartet mit einzigartigen Kulturstätten auf. Erleben Sie malerische Küstenstädte. Bestaunen Sie die zahlreichen Luxusbauten im kleinen Fürstentum Monaco und genießen Sie nach dem Landgang das reichhaltige Angebot an Bord. Auf der Main-Schiff findet jeder seinen Lieblingsplatz. Bereisen Sie einzigartige Küstenregionen und faszinierende Metropolen. Nehmen Sie mit der Wohlfühlflotte Kurs auf Großbritannien und lernen Sie die Vielfalt der britischen Inseln kennen. Ob Sommer oder Herbst, die Main-Schiff bringt Sie zu den schönsten Orten in Schottland, Nordirland, Irland und England. Das Nordland beeindruckt in erster Linie durch seine einzigartige Natur. Ob das Nordkap, der nördlichste Punkt des europäischen Festlands oder die norwegischen Fjorde mit ihren atemberaubenden Wasserfällen. Erkunden Sie idyllische Städte, einzigartige Landschaften und zauberhafte Fischerorte auf ihrer Kreuzfahrt durchs Nordland. Ostsee und Baltikum, das sind altehrwürdige Häfen, moderne Metropolen, königliche Paläste und jahrhundertealte Kulturen. Mit dabei St. Petersburg, eine der prächtigsten Städte in Europa. Ob Peterhof, Katharinenpalast oder die Auferstehungskirche, die Zarenstadt an der Neva verzaubert. Diese eindrucksvolle Route mit der Main-Schiffflotte hat viel zu bieten. Erfahren Sie mit den Wohlfühlschiffen die Kanaren. Bereisen Sie die Inseln des ewigen Frühlings und lernen Sie die vielfältigen Cap Verden, die portugiesische Blumeninsel Madeira oder das pulsierende Agadir kennen. Eine üppige, exotische Pflanzenpracht. Kilometerlange Sandstrände und bizarre Vulkanlandschaften warten auf Sie. Genießen Sie die warmen Temperaturen im Winter auf drei ganz unterschiedlichen Routen und lassen Sie sich von der Vielseitigkeit der Inseln beeindrucken. Steuern Sie mit der Main-Schiffflotte Asien an. Neuzeitige Architektur oder jahrtausendealte Tempel – hier treffen Moderne und Tradition aufeinander. Das Wohlfühlschiff bringt Sie zu idyllischen Inseln und weißen Sandstränden. Lernen Sie den Kontinent der aufgehenden Sonne bei drei verschiedenen Kreuzfahrten kennen. Weite Strände, türkisfarbenes Wasser und Traumurlaub inklusive. Die Main-Schiffflotte steuert auf zwei paradiesischen Routen die Karibik an. Von Barbados bis zur Dominikanischen Republik. Kombinieren Sie die Touren und entdecken Sie zehn verschiedene Inseln und mit Ihnen die unglaublich bunte Vielfalt der Karibik. Zauberhaftes Morgenland. Bereisen Sie mit der Wohlfühlflotte Dubai und den Orient. Das sind glitzernde Metropolen mit eindrucksvollen Bauten. Endlose Wüsten. Exotische Kulturen und ein angenehm warmes Klima. Zwischen Tradition und Moderne. Erleben Sie zwei faszinierende Routen wie aus Tausend und einer Nacht. Oder kombinieren Sie beide Reisen zu einem 14-tägigen orientalischen Urlaubstraum. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit der Main-Schiff-Flotte gibt es stets Neues zu erkunden, ob an Land oder an Bord. Die Entdeckungsreisen der Wohlfühlflotte haben viel zu bieten. Immer wieder einzigartige Routen mit abwechslungsreichen Zielen. Kulturstädte, Hafenstädte, Hauptstädte. Rund um Westeuropa, Transatlantik oder ein Kurztrip nach Skandinavien. Entdecken Sie mit der Wohlfühlflotte die Welt ganz neu.